In unserem heutigen Beitrag wollen wir mal etwas Licht in die aktuelle Steuerpolitik der Ampelregierung bringen. Außerdem werfen wir einen Blick auf Selbstständige in Deutschland. Wir fangen mit den Steuern an. Die scheinen zu sprudeln. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner erwartet für das Jahr 2023 Rekordsteuereinnahmen in Höhe von mehr als einer Billion Euro. Dies klingt auf den ersten Blick glorreich, ist es aber nicht. Denn wir wissen leider nur zu gut, dass viele Geld ist dank Inflation 10% weniger wert. So verwundert es nicht, dass unser Schuldenminister trotz Rekord auch weiterhin knauserig sein wird. Die auf dem Papier üppig aussehenden Einnahmen werden nicht ausreichen, um alle gesetzlichen Verpflichtungen des Bundes zu finanzieren. Lindner sieht deshalb keinen Spielraum für eine erhöhte Kindergrundsicherung. Das widerspricht jedoch den Aussagen der Grünen, die weitere Ausgaben in diesem Bereich planen. Die Grünen denken da konkret an eine Kindergrundsicherung, die alle Kids ab der Geburt und bis zum 18. Lebensjahr versorgen soll. Lindner sieht hierfür jedoch keinen Spielraum. Die Diskussion um Steuereinnahmen und Ausgaben ist also wieder voll im Gang. Wenn unsere Kinder die Kohle nicht kriegen, wer kriegt sie dann? Der deutsche Mittelstand kriegt sie auch nicht. Das sieht man besonders deutlich an den Erwerbsneugründungen. Immer weniger Deutsche wagen die Selbstständigkeit. Seit dem vergangenen Jahr ist die Zahl der Erwerbsgründungen laut staatlicher Förderbank KfW erneut deutlich gesunken. Ein jahrelanger Trend in Deutschland hält damit an. Das zeigt die Auswertung des repräsentativen Gründungsmonitors der KfW. Mit etwas mehr als einer halben Million Existenzgründungen gingen rund 57.000 Personen weniger in die Selbstständigkeit als 2021. Das entspricht einem Rückgang von satten 9% gegenüber dem Vorjahr. Bereits im Jahr 2020 war die Anzahl der Existenzgründungen Corona-bedingt auffallend deutlich zurückgegangen. Die Gründungstätigkeit habe sich 2022 sowohl im Voll- als auch im Nebenerwerb verringert, hieß es von der KfW. Die Zahl der Vollerwerbsgründungen sei um 6% gesunken. Noch stärker sei der Rückgang in den Nebenerwerbsgründungen. Sie sind um 12% runtergegangen. Die sogenannte Gründungsquote leidet. Aber es kommt noch fetter. Die meisten Neugründungen seit Corona waren Gründungen aus einer Notlage heraus. Sie wären also ohne Not nicht passiert. Lassen Sie uns das mal genauer erklären. Die KfW unterscheidet zwischen sogenannten Chancengründungen und Gründungen aus Mangel an Alternativen. In stabilen Zeiten liegt der Anteil der Chancengründungen bei ca. 85 bis 90%. Gründungen aus purer Not heraus liegen gewöhnlich bei 10 bis 15%. Im Jahr 2022 rangieren die Chancengründungen aber nur bei 71% und die Notgründungen kamen auf stolze 24%. Zur letzten Gruppe gehörten all jene Personen, die auf dem Arbeitsmarkt keine Alternative mehr hatten und sich deshalb selbstständig machen mussten. Bei denen war quasi die Kacke am Dampfen. Für die deutsche Volkswirtschaft sind das schlechte Nachrichten, denn Existenzgründungen bleiben nun mal der zentrale Treiber des technologischen Wandels. Sie unterstützen die Zukunftsfähigkeit unserer Gesamtwirtschaft. Groß angekündigte grüne und digitale Transformationen brauchen neue Unternehmer mit frischen und innovativen Ideen. Den Gründergeist wieder zu stärken, das wäre also eine elementare Herausforderung für die Ampelmännchen in Berlin. Sie müssten einfach alle an einem Strang ziehen. Das tun sie aber nur beim geplanten Neubau des Kanzleramtes in Berlin. 777 Millionen Euro an Steuergeldern darf er kosten und wie wir alle wissen, wird das nicht reichen. Ob kinderreiche Familien oder hart arbeitende Selbstständige, viele von uns kommen momentan gerade noch so über die Runden. Viele von uns sind auf Hilfe angewiesen, denn Corona, Gaskrise, Lockdowns, Lieferkettenkollaps, Inflation und Insolvenzen haben uns in die Knie gezwungen. Um finanziell über die Runden zu kommen, muss Vater Staat sinnvoll und nachhaltig eingreifen. Der bekannte deutsche Unternehmer Markus Elsässer hat einmal treffend gesagt, der schlechteste Kassenwart ist immer die Regierung und ihr Handlanger ist die Zentralbank. Anders formuliert, verlassen Sie sich nicht auf staatliche Unterstützung, sie wird nicht kommen. Es ist wichtig, dass jeder einzelne Bürger seine Finanzen selbst regelt und sein Geld bestmöglich für sich arbeiten lässt. Beherrschen Sie Ihre Finanzen, sonst werden Sie beherrscht. Genau deshalb haben wir zum Schluss noch einen Hinweis in eigener Sache. Für uns alle ist der Wettlauf gegen die Inflation in vollem Gange. Selbst beste Investments können die hohe Inflation nicht mehr auffangen. Aber wir haben da was für Sie. Melden Sie sich einfach mal für eine kostenlose Online-Veranstaltung bei Herrn Alexander Strieb an. Herr Strieb zeigt Ihnen, wie man sein Vermögen in solchen Zeiten der Krisen und Gefahren schützt. Nicht mit Gold oder Silber, nicht mit Immobilienkunst oder Kryptowährungen. Es ist ein echter Sachwert, der nachweislich seit Jahrhunderten Vermögen schützt. Um mehr zu erfahren, klicken Sie einfach auf den Link hier unter diesem Video. Das ist ein echter Sachwert, der nachweislich seit Jahrhunderten Vermögen schützt.